Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Ich schicke euch die alte Stelle angesagt. Ich weiß nicht, ob du jetzt sonst drauf hast, hab ich verstanden. Das geht jetzt, ja? Wir können dann nicht drehen, das ist ein bisschen verstanden. Aber das heißt, dann muss er ja nur die 79 Strecke wieder nach vorne und nach vorne. Elmholzstraße. Körlösen. 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 Wir haben Verkehrsamt für die O. Wir fahren von den anderen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da ist ja das Bedeutung. 76,1 6,1 6,1 6,1 Ja, ich hab's nimmer. Ich wollte die Fahrt frei mit Düsseldorf an. Ich sagen, wir müssen die Düsseldorf beziehen. Boah, so Spaß. Ja, genau. Alles klar. Noch mal Informationen für die Fahrgäste der Straßenbahnlinie. 799, aktuell haben wir einen Grenzumfall mit Belinde in der Bahnhof. Das ist im Bereich des Flüchtlingsallee. Deshalb kommt es nach Berlin 799 zur Zeit zur Verspätung. Auf die Biererstörung geht die Rheinbahn mit Belinde 799. Eine Umleitung ab Düsseldorf, Hauptbahnhof. Juga Hornestraße bis Bökerliche in beiden Richtungen. Wir müssen vermitteln Ihr Verständnis. Berghäste 88, die Bökerhäste an der Bahnhof. Ehrlich gesagt habe ich die Sichten gelesen. Ich hatte noch mal ein Buch, habe auch ein Buch jetzt gerade noch mal gekocht, aber mal nicht zufrieden. Ritter die Straße. Ritter die Straße. Alles klar, also quasi das eine Stück, wie der 21er fährt, richtig? Ja, genau. Und von der Theodor-Heulsbrücke, ganz normaler Linie, weg nach zurück. Von der Theodor-Heulsbrücke. Moment, da muss ich gerade mal schauen, wo sie dann begreifen sind. Das ist aber eine Haltestelle. Das ist aber eine Haltestelle. Ich stehe nicht, danke für die Information, schön Sonntag noch. Jo, im Lug. 1,5 kmh Ja, die Fahrbeziehung zu die 701 ist praktischerweise nur die Fahrbeziehung Warnow. Kann man noch was betroffen werden? Ja, das ist korrekt. 1 und 6 ist halt nur die Fahrbeziehung der 701 vor. Die ist halt betroffen. Okay. Brauchte Kennzeichen schon? Rutschland, Altruheien, Rattestfahrt. 1 und immer an den Anlagen am Schwerbericht. 2.7, Rattestfahrt. 1,8, Rattestfahrt. 2,8, Rattestfahrt. Schauen wir mal, ob man ja Wasser sitzt. Ich bin noch eine, weil Wilker Kirche haltet man nicht mehr. Ich bin noch eine, weil ich die Ich bin noch eine, weil ich es nicht mehr so gut ansteht. Ich bin noch eine, weil ich es nicht mehr so gut ansteht. Das ist hier eigentlich nur Betriebsgleis hier. Das hier ist ein Ausland, das hier ist ein Stecker. Das hier ist ein Stecker, das hier ist ein Stecker. 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 Das hier ist ein Stecker, das hier ist ein Stecker. Das hier ist ein Stecker. Dafür, dass das Auto frei ist, ist hier richtig versprochen. Stadttor. Können wir hier ausschneiden? Ja, hier sind wir auf jeden Fall schon nah am Rhein. Ja, ja, wirklich. Alle Haltestellen werden beliebt. Bitte sehr. Danke. Tschüss. Da mache ich die Wände. Ja, das ist korrekt. Jawohl, das ist vollkommen korrekt. Der fährt, äh, kommt noch mal ein bisschen her. Äh, jetzt gleich, wie ich, das ist der Abzug von dem Bus. Wunderbar, ich warte jetzt wieder hoch. Dann wird zu kleinen Wegen hoch kommen, aber der Hauptflug. Dann gehen wir jetzt ab. Das ist hier in der Mitte. Hey, wir sind in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Die letzte Fahrt. Das ist der Abzug. Ja, das ist ein Abzug. Wo soll ich mal lieber flüssen? Ja, sehr. Doch, komm. Ja, das ist auch noch nicht klar, wie ich jetzt weiterfahre, ganz ehrlich gesagt. Wir strecken aus, es geht Spaß nun. Alles klar. Ah, ich höre so fast noch mal. Ja, dann sollen wir hier mal die noch ziehen nehmen. Das ist so nett, dann abschieben wir das. Oh, einfach drücken. Nordstraße. Oh, einfach drücken. Ja, bitte einmal Auto 3 anrufen. Okay. Das ist eine große Herausforderung. Ich habe hier einen Hiss, ein bisschen zu tragen. Das ist versp福. Ja, nur noch eine Art kann. Hier ist es aber die Proberfläche. Gehen Sie mit uns schon mal, ein bisschen wie wir hier sind... Wir haben einen Autorz, ein bisschen zu sagen. Sie haben einen Autorz, es ist hart! Aber ich habe hier ein Gefühl, ich habe immer ein bisschen mehr一起 Falt. Hier habe ich eine Art von der Eier. Ein Arbeitslager ist gut. Lass sie sich deshalb, Drei, die Fahrten erst einmal aus, würden Regardschmerzer anstatt, dann sind die Kamera nicht. Und hier kommt die Kamera nicht. Drei. 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 Oh, das ist eine große Rolle. Aber ich habe schon einen Rettungsgericht, aber das ist eine große Rolle. Ich habe es eine große Rolle, sondern es ist ein wenig Glück, aber ich glaube, es ist ein vieles Ding. Wie ist es? Ich habe es hier. Eine große Rolle. Ich habe es hier wie eine große Rolle. Ich habe es hier nicht. Wir haben noch den letzten, aber nicht mehr an. Ich war schon fast gerade ausgespürt. Warte mal, wenn Sie mal die Seite liegen. Okay, dann werden Sie hier zu den Seiten liegen. Was ist hier für mich? Was ist hier? Ich bin hier nicht. Ich bin hier, ich bin die Seite zu sehen. Ich bin hier nicht so, ich würde es einfach sagen. Ich bin hier nicht so, ja ich bin hier nicht so. Ja, ich bin hier nicht so. Aber es ist hier nicht so. Schule muss ja mal sagen. Was ist hier? Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Ja, das war nicht. Ja, das war nicht. Aber wir haben die Zeit. Ich habe die Zeit in der Karte. Die Karte ist nicht so gut. Nein, das war schon. Ich habe die Zeit. Das war nicht so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020